Gut, da bin ich auch schon wieder. Ich habe nur geguckt, ob die Aufnahme richtig gelaufen ist, weil irgendwie hat es mein Timer verpeilt, sich richtig zu starten. Und ich jetzt nicht wusste, wie viel ich aufgenommen habe. Aber das macht nichts. Ich mache einfach aus der Aufnahme von der Mission jetzt zwei Folgen und jetzt nehme ich noch eine ganze Stunde auf. Also gibt es ein paar Bonusminuten. Also freut euch. Gut, wir müssen jetzt erstmal durchgucken, was die ganzen fünf Quests hier machen, was das für Quests sind. Und dann entscheide ich, was wir als erstes machen werden. Also fangen wir mal bei Darkness Falls an. Destroy the evil rights. You are welcome to move in this area as they were guarded with fear. Ah, das klingt fast schon so, als ob wir wieder gegen Phantome kämpfen. Also nö. Als nächstes haben wir Valley of Serpents. Das klingt nach vielen Medusen. Destroy the snake pits that are encouraging on your realm. And crouching. Also die aus eurem Dings kommen. Wenn du alle Elfen Bungalows verlierst, verlierst du die Quest. Du hast eine Einschränkung, wann du Elfen Bungalows platzieren darfst, weil es an deinem Nachbarn liegt. Viele, äh, citizens, many citizens refuse to settle in this threat rally. Hence much of your normal infrastructure, such as general housing. Sewers and broken sewers and graveyards will not appear. Oh, das ist sowohl schlecht als auch gut. Cancelen wir mal das. Gut, dann haben wir hier da oben, the siege. Destroy Borjans palace or cut off the caravan would supplying him with gold. If they run out of resources, they will surely be forced to surrender to our forces. No wizard guilds may be built. Das klingt wieder ein bisschen anstrengender. Das klingt wieder ein bisschen anstrengender. Das klingt wieder ein bisschen anstrengender. Destroy all of the ancient barrows within 30 days or the unstable energies in this realm will reduce your kingdom to rubble. Billings can only support one hero at a time. Heroes start out where we experience. It takes fewer heroes to upgrade the palace to level 2 and 3. Das klingt sehr interessant schon mal. On balance of twilight. Defend your kingdom from the black phantoms. Find the resting place of the ancient sage and restore him to life. Recensifically the shrine of light destroy the black phantoms. Das mache ich auf jeden Fall nicht. Was mache ich als erstes? Ich tendiere dazu, das mit den Legendary Heroes auszuprobieren, weil das einfach cool klingt. Majesté, your populace is ill at ease. We rest on the edge of Krom's Anvil, an ancient battlefield. Since before recorded time, this place has lain desolate. It is said to be haunted by the spirits of those who died here. And many fell creatures lurk in its shadowed barrels and hills. Rangers consider it one of the most dangerous regions in all of Ardania. It is said that many ancient and powerful artifacts lay scattered where great heroes perished. Regardless of the danger, the recovery of these items would demonstrate your resourcefulness to the inhabitants of these cold northern reaches. Mhm. Oder was war die anderen nochmal? Das war das mit dem Siege. Das war Valley of Serpents, wo wir die Schlangen töten müssen. Das war das mit den Waves. Ne, ich probiere doch das hier aus. Majesté! Ich bin nämlich echt mal gespannt jetzt. Hm. Ich werde mich jetzt allerdings nicht hetzen. Der ist Level 17 von Anfang an. Ich brauche zwei Helden. Das heißt, ich bilde auch gleich sie aus. Kommt, dein Marktplatz, jetzt serve dir besser. Und die haut das Ding gleich ein, als ob's nix wäre. Kannst du mal bitte den Goblin ausschalten? More gold, your majesty. Your majesty, a new building is complete. Majesty, the local blacksmith offers new services. More gold, your majesty. Your highness, the palace renovations are finished. Warrior guild, the temple of Doris. Majesté, the local blacksmith offers new services. Du bist Level 19 von Anfang an. Mein Gott. Sovereign, a building has been upgraded. Sovereign, a building has been upgraded. Hold your majesty. Oh, wir haben den Sorcerous Boat. Hm, das ist auch nicht schlecht. Ich serve dir, Majesté. In the name. Tax collector, mag with fire. So, dann brauchen wir den Tempel of Doris. Den haben wir schon. Das ist ja schön, dass wir den schon haben. Das einzige, was wir nicht haben, ist eine Warrior-Gilde, weil die einfach nicht fertig gebaut wird. Weil hier ein blöder, was bist denn du, eine Shadow-Beast rumrennt. So, Paladin ausbilden. So, Paladin ausbilden. Das ist weniger schön. Vor allem, warum kommen jetzt auf den Haufen Goblins und überrennen mich, das ist... Das ist jetzt richtig nervig gerade. Das ist ja, ja. Oh, ja. Da sind nicht selbst Kennedy. Wir sind hier auch nehr. In the name of the Sovereign. Ich serve with pleasure. In the name of the Sovereign. Die kauft sich eine neue Rüstung beim Decksmith. Ah, ich kann leider keine weiteren Warrior gerade bauen und die Warrior-Gelder ist viel zu teuer, die Ranger-Gelder auch. Ich bin die Wild Spirits. Ganz ehrlich, ich bin gerade gewillt, eine zweite Ranger-Gelder zu bauen, um einen zweiten Ranger zu kriegen. Die Unholy Ranger. Die Unholy Ranger. Die Unholy Ranger. Okay, die können entweder ein mächtiges Artefakt beinhalten oder irgendwas Böses. So, eine zweite Warrior-Gelder, dass ich einen zweiten Paladin anheuern kann. Die Blaise ist fragiles. Wir spielen mit dem Feuer. Die Unholy sind. War klar, dass es den noch erwischt. So, ein zweiter Paladin und die gehen mal auf Erkundungstour. Kauf ich doch mal. So, als nächstes den Marktplatz abgraden. Ach du meine Güte, was haben wir? Wir haben einen von den Barrels, aber du hast den Grund, wenn ihr Kingdom schadet. Da ist eine Bandit Castle und wir haben überall Trolle jetzt auf einmal. Das war mein verdammter Marktplatz. Das war's Gold, Your Majesty. Energies of Light! Spats, Collector. I join the Wild Spirits. Spats, Collector. The Unholy are near. Your Majesty. The Royal Treasury is nearly empty. Energies of Light! Doros has spared you. For now. Wow, collector.